Moin und herzlich Willkommen zu 892. in Rohstoff, Tagesausgabe der Formationstrader. Am Donnerstag, dem 20. November 2014 und Nachricht des Tages, Roger Federer meldet sich fit zum Davies Cup Finale, wenn das mal nichts ist, gegen die Franzosen. Liebe Schweizer, ich drücke die Daumen überhaupt, das wird ein super Sportwochenende. Formel 1 Finale, Bundesliga geht wieder los, großartig. Überhaupt, die Schweizer sind ja im Moment in aller Munde und treiben auch den Goldpreis hin und her. Habe ich heute Morgen freundlicherweise über eine E-Mail erfahren, habe aber auch den Artikel gelesen gehabt, dass angeblich eine Umfrage zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, als der Goldpreis um 20 Dollar abverkauft worden ist, dass die Mehrheit der Schweizer dagegen stimmen wollen, dass ich glaube 20% der Währungsbestände der Schweizerischen Nationalbank, der SNB in Gold gehalten werden soll. Das würde aber auch diese Bewegung erklären, denn erst wird er abverkauft und die, die die Nachricht nicht kennen, kaufen sie und dann kommt die Nachricht nochmal bei den anderen, dann wird es nochmal abverkauft. Aber nichtsdestotrotz, die Wahlen sind am 30. November, diesen Flush haben wir gesehen. Aber wenn Sie sich fragen, warum zoomt er eigentlich so ran? Weil ich nicht will, dass Sie die Formation erkennen. Also, Nachricht hin oder her, der Chart läuft sauber. Wir bleiben nach wie vor hier innerhalb einer bärischen Flaggenformation. Darüber hatten wir miteinander gestern gesprochen und wir hatten auch die Pro und Kontras miteinander besprochen, was dafür spricht, was dagegen spricht. Eine Sache habe ich es versäumt, Ihnen zu sagen, der Aufwärtstrend, wenn wir eine Bärenflagge haben, also starker Abverkauf, der Aufwärtstrend müsste träger aussehen. Der sieht nicht träger aus, sondern der sieht ziemlich dynamisch aus. Das passt auch nicht zu einer Bärenflagge und wenn Sie sich dafür interessieren, was es ist, damit ich nicht allen Zuschauern alles doppelt erkläre, sind Sie ganz herzlich eingeladen. Schaut sich die Ausgabe von gestern, dann habe ich Ihnen die Spezifika, Spezifikation, Spezifika, oh mein, mein alter Lateinlehrer, wenn der das mitkriegen würde, habe ich Ihnen gestern erklärt. Nichtsdestotrotz ist das eine Bärenflagge und bleibt auch eine Bärenflagge, solange wir nicht über die 61,8% gehen. Es ist aber keine klassische und saubere Bärenflagge. Auf der anderen Seite, Nachricht hin oder her, das hier ist jetzt eine Bullenflagge. Das ist die Stange und das ist die Flagge. Und falls der Markt die obere Begrenzung der Flagge bullisch auflösen sollte, da könnte man ja sagen, haha, dann machen wir also das, was wir von hier bis hier oder auch hier gemacht haben, wie auch immer, normalerweise so die gesamte Bewegung, dann setzen wir die ja nochmal nach oben drauf. Hätten wir ein Potenzial. Das heißt, wir würden von ungefähr 95 an die 12,45 laufen. Das einzige Problem da dran ist nicht nur die obere Begrenzung dieser Bärenflagge, die wir haben, sondern auch die fallende und trendbegrenzende Linie, die von oben kommt. Widerstand, 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 Widerstand. Die wäre im Bereich von 12,15. Damit, nach unserem Dafürhalten, bestätigt diese Flaggenformation, dass der Markt Potenzial hat, hier noch einmal in Richtung 12,15 zu laufen. Was der Markt dann aber bitte nicht mehr machen sollte, ist unter die 200-Stunden-Linie zu laufen. Unter dieser Unterstützungszone, dann ist es eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir zunächst einmal in Richtung 66 laufen und darüber hinaus nochmal hier diese Tiefs bei 1150 antesten. Falls der sofort nach unten durchbricht, hatte ich Ihnen gestern gesagt, dann nicht nur 1150, sondern auch Jahrestief. Durchaus möglich, möglicherweise tiefere Tiefs. Schafft es der Markt, diese Bullenflagge bullish aufzulösen, Richtung 1210, 15, 20, wie auch immer zu laufen, muss man sagen, wird Jahrestief unwahrscheinlicher, kurzfristig, nicht langfristig und tiefere Tiefs dann umso unwahrscheinlicher. Jetzt bin ich schon mitten in der Analyse und will dann aber doch nochmal einmal kurz Ihnen die Rohstoffliste zeigen. Heute machen wir es alles so ein bisschen anders, macht nichts. Also Brent und Coot erholen sich ein bisschen mit Plus 0,7%. Habe ich Ihnen nicht geschafft, Ihnen gestern Coot zu zeigen. Wollte nämlich genau darauf hinaus, dass er die 75 machen kann. Gold Plus 0,7, Platin Plus 0,6, Silber ein bisschen schwächer mit Plus 0,2, Palladium Minus 0,3. Wo ist denn eigentlich Natsche? Gas Minus 0,7. Weniger los heute beim volatilen Kumpel. Man muss sagen, der volatile Kumpel kämpft aber um eine sehr interessante Zone. Also immer noch möglich, dass wir diese offene Kursstücke schließen wollen. Auf der anderen Seite, ich will es erst gar nicht einzeichnen, hier diese horizontale Unterstützung. Das ist jetzt potenzieller Widerstand und darüber hätte er also Potenzial in Richtung 5 Dollar zu laufen. Für alle, die es interessiert, wie würden das oder wie werden das nicht jaden? Bei Gold ist also eigentlich alles Entscheidende gesagt. Die untere Marken also 1.170, 1.167, weiter steigend. Unterstützung ist hier auch mit der 20 Tage Linie, Kaufformation, Momentum, Zeit nach oben und mit dieser Bullenflagge Potenzial hier in Richtung 12, 10, 12, 15 zu laufen. Für diejenigen, die kurzfristig engagiert sind, gilt es dann hier einen Teilgewinn zu realisieren, den Stop anzupassen und zu gucken, ob der vielleicht hier durchläuft oder nicht. Bei Silber gleiche, gleiche und keine andere gleiche. Das, was wir hier nämlich haben, ist Stange, Flagge, also Wahlen hin oder her. Die Formation stimmt. Sollten wir per Stuttenschlussguss die 16,39 Bullish auflösen, ist das die 16,80 17 Dollar. Dann würden wir nämlich einen Teilgewinn realisieren. Wir haben ja eine Position hier aufgebaut, die zweite Position hier aufgebaut und das wäre dann für uns eine Zone, wo wir einen Teilgewinn realisieren würden und genau das machen würden, nämlich unser Stop-Loss anpassen. Fehlt er durch die 200 Stunden, durch diese horizontale Unterstützung, dann wird er auch hier in Richtung 15,50 laufen. Das wäre so die erste Zielzone, die aktiviert worden ist. Man muss auch hier wissen, bei Silber, dass wir übergeordnet im Bereich der 17 Dollar Marke eine sehr große Widerstandszone haben. Da hätten wir auch die 50-Tage-Linie, die weiterfällt, aktuell bei 17 Dollar und 3 Dollar Cent ist. Falls er das nochmal packt, dann die nächste Zone, 17,50 mit dieser inneren Linie. Die kommt von da oben, Unterstützung, da zeigen sie Widerstand, Widerstand, Widerstand. Dann haben wir das mit Volumen Bullish aufgelöst. Für die, die sich nicht daran erinnern, wir hatten ja hier eine Position aufgebaut, da waren wir frohen Mutes, dass wir vielleicht sogar hier die 23 Dollar kriegen. Wir lagen falsch, der Markt kommt zurück, wir verlieren am Ende sogar 1% und wird sogar nach unten abverkauft. So, und das wäre also diese potenzielle Widerstandsmarke, wobei man sagen muss, dass das schon eine größere Widerstandszone ist. Wenn er das aus dem Weg nimmt, ist das dann die nächste Zone. Bleibt aber dabei, nicht jetzt ein Bullenmarkt, sondern bis zum Beweis des Gegenteils ist das ein Bär-Pullback, möglicherweise über die Woche. Bei Crude muss ich Ihnen sagen, ist das jetzt so eine Zone, die würde ich persönlich jetzt nicht mehr traden, aber ich will es Ihnen, auch wenn ich es gestern nicht geschafft habe, zumindest heute zeigt. Da haben wir gestern aus edukativer Sicht sehr schön miteinander diese Bärenflagge und die Spezifikationen dazu besprochen. Also, wir haben hier eine relativ große bullische Kaltformation. Die obere Begrenzung der bullischen Kaltformation ist aktuell bei 76,40, 200-Stunden-Linie ist bei 75,80 und man muss dazu wissen, dass die 20-Tage-Linie hier bei 78 ist. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig sofort, wenn diese bullische Kaltformation bullisch aufgelöst worden ist, etwas auf der bullischen Seite traden. Es kann auch sein, dass er nämlich genau in diese Zone kommt, hier horizontal 77,50 bis 78 scheitert, nochmal kurz zurückkommt und dann einem ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis gibt und dann nochmal eine Unterstützung ranläuft, zum Beispiel vielleicht dann mit der Unterstützung der 200-Stunden-Linie, dass man dann sagt, okay, hier hätten wir Potenzial, etwas auf der bullischen Seite zu traden. Was ich Ihnen nämlich gestern zeigen wollte, ist folgendes, Unterstützung, 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 weggebrochen, mit einer V-Formation zurückgekommen, einmal hingelaufen, diese Zone bestätigt, nochmal einen Schatten gemacht gehabt und dann nochmal hier ran gelaufen, immer wieder gekauft worden und deswegen war das für diejenigen, die ganz kurzfristig traden wollen, zum Beispiel bei den 10, über den 15-Minuten-Schatten, eine interessante Zone, um diese Bewegung genau hier hin zu traden. Jetzt diese bullische Kaltformation würde ich persönlich nicht bullisch traden wollen, in die 200-Stunden-Linie, in diese langen Schatten bei 76 und dann haben wir noch ein bisschen weiter da drüben diese nächste trendbegrenzende Linie. Das, was ich Ihnen zeigen wollte, war diese V-Formation, die immer wieder angelaufen wurde und gekauft wurde, war interessant, um 100 Pips auf der bullischen Seite zu traden. Das nur nochmal aus edukativer Sicht für Sie. Damit bleibt mir nur nochmal Ihnen zu sagen, dass es wichtiger ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, was kann ich eigentlich verlieren, als dass wir uns darüber Gedanken machen, was kann ich gewinnen. Denn wenn wir nur uns mit Gewinnen beschäftigen, führt es dazu, dass wir auch immer das Gefühl haben, wir würden etwas verpassen, weil wir nur die Vorteile sehen, wenn wir einen Trade eröffnen. Wenn wir aber immer anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, warte mal, was ist denn im Weg, wie groß ist und das Risiko? Ist denn der Trend in meiner Richtung? Habe ich denn irgendetwas, nicht nur meine Meinung oder irgendetwas, was man anderes sagt, was mir eine gute Wahrscheinlichkeit gibt und wenn ich das nicht habe, dann verzichte ich darauf. Das heißt, wenn wir defensiv traden und zum defensiv traden gehört eben auch kleines Risiko, was ich emotional aushalten kann und natürlich, dass ich weiß, wie viel ich verliere und ich kann nur dann wissen, wie viel ich verliere, wenn ich ein Stop-Loss habe. Und deswegen traden Sie bitte, wann immer Sie traden. Und ganz egal, wie Ihre Position denn jetzt aussehen. Warten Sie, ich zeige Ihnen noch was. Jetzt mache ich noch eine große Runde. Ich will noch was zu GDX zeigen. GDX. Da habe ich mal mit jemandem gesprochen. Das war vor... Das war im... Ich muss nachdenken. März 2013. März 2013. Ach, das ist die Stunde. So, wöchentlich. März 2013 war das hier. Genau. Da hatten wir miteinander, hatte ich mit ihm darüber gesprochen, dass er mal über einen Stop-Loss nachdenken. Er hat gesagt, ach, das ist so egal. Ich habe jetzt schon 50% verloren. Jetzt lasse ich das liegen. Es ist völlig egal, wie viel du verloren hast. Du kannst noch viel mehr verlieren. Die Fantasie des Menschen reicht nicht dafür aus, was die Börse mit einem machen kann. Und deswegen traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, morgen schauen wir auf den DAX. Der eindrucksvoll, hatten wir miteinander auch heute besprochen, von der 9400er Marke zurückgekommen ist. Wir schauen auf die Forexes. Wir gucken, was Euro-Dollar macht, was sehr wichtig ist für die Edelmetalle. Und natürlich ist Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und dann haben wir natürlich am Wochenende eine neue Rohstoff-Wochenend-Ausgabe. Da sind Sie ebenfalls ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein. Falls Sie morgen, aus welchen Gründen auch immer, was ich mir nicht erklären kann, nicht dabei sein sollten und können, wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende. Bleibt mir nur noch eines, Ihnen zu sagen. Mein Name ist Hamedesna Aschari und ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Und wenn Sie nicht gesund sind, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich sehr bald genesen werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsdretern doch bitte gewogen.